Autounfälle passieren. In diesem Fall benötigst du nur einen Kontakt. Akram Hassan mit seiner besonderen Superheldenstärke. So Leute, willkommen bei Carways. Mein Name ist Karmel Abse. Heute haben wir wieder ein Duell der Gebrüder BMW. M3 Competition gegen den 850i. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Ja, M8 natürlich ein bisschen schwerer, bzw. 850i. Allerdings, gucken wir mal, ob er das mit seinem Allradback machen kann. Ansonsten bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. M3 Competition, ein richtig geiles Fahrzeug. Richtig geiles Fahrzeug. Naja, ich will nicht viel reden. Und ich würde mal sagen, los geht's. Ich würde mal sagen, los geht's. Ich würde mal sagen, los geht's. ... 1 Nochmal. So, das zweite Mal M3 Competition gegen den 850. Ohne Launch Control machen wir das beide jetzt. Okay, los, ich bin bereit. Witz, 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 Witz. Komm, komm. Komm, 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 komm. Pack ihn, pack ihn, pack ihn. Ja jetzt hab ich ihn. 1, 2, 1, go! 2, 3, go! 2, 3, go! 3, go! Das war schon besser! 3, go! 3, go! Yes, dieTA! Das war schon besser! 5, go! 5, go! 6, go! 5, go! 6, go, 6, go! So, roll your 50. Okay, wollen wir los. Oh, komm mal, wie knapp. Oh, komm mal, wie knapp. Alter, das war knapp. Das war knapp. Boah, das war echt knapp. Verdammt. So, das gleiche noch mal. Und dann. Dieser Wagen ist unfassbar, unfassbar gut. So. Mein Gott. Hat die Karre hochgeschaltet. Hat die Karre. Ernsthaft hochgeschaltet. So, Leute. Das war das nächste Duell. M3 Competition. Ich habe mich verliebt, muss ich ehrlich sagen. Auch hier das Interieur ist fassungslos. Geil. Hier die Sitze nochmal. Also wirklich sehr, sehr schöner Wagen. Und war wieder ein BMW-Duell. Wirklich BMW ist momentan echt. Gefällt mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Das war's von meiner Seite aus. Full Car Ways. Danke an meinen Sponsoren. Akram. Das ist Motel 24, Olek Scheifler. Und bis bald. Was ist los, Eko? Was ist los, Eko? Hast du den auch angemulgt, oder? Obwohl, nee, die hatten auch. Die haben noch. Die haben noch. Die hatten auch noch. Bist du blind, Junge? Der war gerade wenig. Der ist full mero. Der ist am fullsten. Der war gerade leer, aber ich glaube. Der hat jetzt gewechselt. Der ist cool, cool. Ja, passt. Richtig ist los, noch? Deine läuft, ne? Deine läuft. Mach mal ohne Lauschkontrollen. Mach mal ohne Lauschkontrollen. Er ist ja schon nicht. Der Siegelt. Der hat noch nicht. Der hat noch nicht. Der hat noch nicht. Der hat noch nicht. Nee, der hat noch nicht. Nein, nein, das Leber, das hast du gewechselt. Der ist voll, voll. Ist das los noch? Ja, keiner läuft, ne? Werner laufen.